hat euch ein freundes herzgang zum nächsten blöckmann go equas video hier natürlich von kanal und heute sind wir in equas leute was wir heute machen ist wir bauen uns einfach hoch warum auf diesen heißballon also heißluftballon gibt es nämlich auch diamanten und keiner denkt hey ihr werdet dann denkt hey was glaubt denn überhaupt das ist so eine scheiße es gibt wirklich da oben dann muss man kurz mal umgehen man geht dann mit ich wollte kurz mal ein bisschen mal mit eine schere ich gehe jetzt nicht mit so warum jetzt mit einem schere ich weiß jetzt ob man ja ok da muss man noch einmal zack gehen ich habe ihn nicht angegriffen nämlich hier auf den heißen duftballon gibt es nämlich auch diamanten zu snacken hier als ob hier kann man schön kann man sagen hä was macht der hier oben hier kann man einfach jemanden fahren und wenn man 32 hat da kann man sich voll krüchten das wird einfach kein sinn so das ist mein platz das ist gut man kann aus diesen heißballon natürlich auch jemanden kriegen da braucht man nicht in der mitte zu gehen oder sagen ich habe jetzt so viel diamanten das ist vor sich leute ich hab vor euch verarscht so kann man cheaten manchmal wir haben zwei diamanten wir können uns diamanten aus erkunden also wir brauchen eigentlich nicht ok auch super ok würde dann noch mal auf ein neues jetzt müssen wir gucken wo da jetzt jemanden sind wenn es ja auch hier keine sind dann können wir gucken am meisten überall diamanten okay nur auf diese insel ja da müssen wir jetzt heute mit man kann sich nicht verstecken ja was gerade war während das weder geht einfach weg kein bock mehr für mich ich will mich ja natürlich ausrüsten cop man man kann man kann schaden wir haben nur fünf leute also wir haben sechs jetzt kommt jetzt kommt ja ohne machen natürlich bauen wir uns erst mal hin ich bin natürlich ich habe jetzt acht blöcke wir gehen auch noch so ist das ist das er sich aus grün aber rost ist der blau sein das ist grün okay der gewaß war zu kohlen was nicht nur ist er braucht das mit blöcke ja diese blöcke und das brot das hier ein manche spiel können nicht über was spielen manche spieler wollen ja gar nichts mehr er macht nicht mal bist du bist du diese blöcke ja okay dann habe ich von null sofort mehr blöcke natürlich brauche ich auch mal ein bisschen steaks oder wenn unser bild ist weg ist ja ein holzschwert kämpfen warte mal uns ist die blauen weg scheiße ja gut wir brauchen ein paar blöcke aber blau ist tot ja okay okay das sind die roten blöcke man kann da nicht jemanden kriegen er hat so knapp ein paar blöcke ein paar blöcke geben oh nein oh nein mach mal oh da kann ich vielleicht gleich zu euch kommen oh der macht gut damage fahr runter fahr runter jemanden ansnaken ich weiß es kommt kein team oder so weil ich bin oh mein gott es kommt ein anderes team okay ich habe keine blöcke das ist gerade gefährlich was ich mache gut ich habe hier eine kuh ich kann euch helfen oh gott alter ja also wir haben noch team grün gegen team gelb na so das kann ja klasse werden natürlich hole ich mir jetzt das beste schwert ich habe immer Angst jetzt kommt die gleich das bringt gar nicht Vorsicht was macht der auch Junge der kann auch nicht mehr kämpfen Junge was ist das für ein stupid Junge das war gerade wirklich kein spiel Junge der hat ja gar nichts gewusst warum spielt er das überhaupt ja da sind ein paar stupids drinnen ich mache dasselbe nochmal ich gehe dann zu Gruni diesmal Hallo das ist meins f*** dich doch alter f*** dich doch f*** dich doch Junge Junge bitte ich muss mich gold auf ist mir sch��'s gold ich kriege keinen Einzelnen immer kann es nicht mir geben DIGGA geht zu deine scheiß base ich bin hier von gestern Ja, eine Rüstung. Ähm. Können wir mal bitte. Weil ich hab die schon noch so jetzt voll. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Ich bin gespannt. Die wissen ja nicht, wer jetzt gerade hier kommt. Oh nein. Leute, Hilfe! Was macht die? Was ist das denn? Junge, greift doch mal an. Da, da kommt der. Baut uns da weiter hin. Junge, wer nimmt jetzt bitte noch ein Schwert? Die werden überrascht. Ja, Leute, ihr müsst doch mal was machen. Junge, seid ihr stupid. Toll. Junge, macht doch mal was, Junge. Seid ihr richtig Debs? Das ist meine. Junge, wir können das nicht. Junge, mach doch mal was. Junge, das ist doch typisch. Junge. Junge, das war meine. Huh. Junge, seid ihr stupid. Ihr könnt ja hier noch gar nichts. Junge, ihr müsst kämpfen. Wir müssen Team Kuhn erledigen. Sonst greifen die uns noch mal. Oh, Scheiße. Du Scheiße. Ja, Kuhn, wird uns eh gleich überfallen. Also kämpft, kämpft, kämpft. Ich will mich jetzt komplett ausrüsten. Jetzt gibt's Drache. Junge, bleib doch nicht im Weg, Mensch. Hallo, ich geb mir was von. Was, was ich gebe? Tschüss. Ist das stupid? Ja, wir werden ja überall. Junge, stupid. Ihr könnt nicht besser aufpassen. Nee, ihr könnt ja gar nicht aufpassen. Was, was? Fickt euch doch ihr alle. Ja, okay. Ich bin weg. Tschüss. Ich hab nichts. Gar nichts. Ich kann nicht runter. Die wissen gar nicht. Muss ich jetzt wirklich ja hungern? Oh nein, lass ich den Bogen holen. Na, welche Schwierigkeiten. Biss, der geht weg. Sind die dumm. Okay. Meine Nutze. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht zurück. Drauf, 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 drauf. Was? Drief. Und... Drief. Okay. Vielen Dank. Ich werde den Zerf jetzt den Bogen holen. Ich kann ihn besiegen. Ich kann auch hier hochgehen. Und da kommt ein anderer. Ja, moin. Ist doch, ist doch, ist doch. Oh, es leckt, es leckt. Ich hasse dieses Däden. Ich muss ihn ein bisschen mal rumspammen. Ich werde gerade angeschossen. Ich kann ja auch abschneiden. Was ich muss hinterher sein? Die sind, ey, die wollen mich akkertieren. Und das ist die beste Verteidigung. Ohne die habe ich keine Chance. Ich kann auch erst rum, runtergehen. Ob das Sinn macht? Da kriege ich Falschdarm. Ich muss. Ja! Okay, ich bin tot. Ja, viel Spaß. Aber es war gut. So, jetzt müssen die alle hier sterben. Leider wirklich ein gutes Ende. Junge! Alter! Aber ich habe Rotbiss. Also ich habe Grün jetzt genommen. Also am Ende nochmal durchgehalten. Junge, die haben uns jetzt gleich überrascht. Und da sieht man, dass mein Team ja gar nichts mehr kann. Noch eine Runde? Ich würde. So, die nächste ist hier die Runde. Ich glaube, ich kann das jetzt schnell hin. Dass wir jetzt die alle nicht besiegen. Ja, ich meine doch, die alle nicht besiegen. Ich muss ja auch mal ein bisschen besser sein. Jetzt ist das für Eisen. Kommt. Leute, schau'n bitte rein. Ich habe nur noch sechs Minuten ungefähr. Wer ist jetzt nicht rein, scha'n? Ich bin... Was ist daran so schwer reinzuschneiden? Das ist ja die Sache. Hm. Blois vollständig. Auch die labern ja ein Zeug. Ich habe echt ja Poma. Alles sind doch schon großen. Ja. Leute, ja, jetzt geht's los. Oder sieben Minuten oder sechs Minuten. Leute, kommt. Eine Stunde bis zum Geld nicht mehr. Ich will mich so viel. So, jetzt muss ich schnell sein. Ich kann nicht... Ich kann nicht hier ran. Als ob. So. 18... Ja, sag mal. Ich komme 30. Was Besseres. ein paar blöcke schütz brauche ich nicht machen ein goldschwert würde mir besser sein ich muss mich steinschwert leben ja super danke für dich ich hab jetzt einfach nur go go team 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 oh mein gott die ersten kommen dann kommen ich hab noch eins das ist eine belastung aber wir haben 20 ich geh sofort mit ihr mein schott rein die anderen kommen ich geh jetzt auch noch rein hey noch ein paar blöcke noch ein paar blöcken wir müssen durch ein bisschen durch müssen durch mein gott das wird so knapp jetzt da muss ich springen da muss ich springen vorsicht das nein was bist du für ein dummen kopf junge das junge wie dimmig kann man sein toll das darf ich alles nochmal machen ihr dummies wieso brauch ich auch noch das bett ab junge sehr noch schlimmer als die pest junge es macht keinen spaß mehr doch ihr dürft ja aussch..? das gleich kabin tu die ja man cient Die Brom steht hier einfach auf dem Kahn. Ihr müsst kämpfen. Schaut das nicht mehr. Ich beende auch das gleiche Video. So. Ich kann nicht gewinnen. Die Brom, wir müssten kämpfen. Ach was, ich gebe jetzt gleich auf. Ich habe das schon so richtig. Ich gehe ohne. Ich brauche nur ein paar Diamanten. Leute, jeder kann sich einen Diamanten holen, wie er möchte. Leute, wir sind nur Freunde. Oh, nein, 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 nein. Ich möchte nicht angegriffen werden. Please. Stopp, stopp. Ähm, I'm sorry. No, 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 no. No, no, no. Das tut weh. Das tut weh. Leute, ihr müsst kämpfen. Kommt her. Kommt her. Ich kämpfe gleich mit einem Schwert. Go, 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 go. Ich brauche acht. Okay, geil, geil, geil. Belast mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Junge, der geht uns. Gisack. Junge, los, los, los. Und das ist weg. Okay. Okay. Der Rote macht keinen Sinn. Der, der ist doch. Ach so. Wer hätte mir das sagen können. Nein, 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 nein. Rote, doch ein Schwert. Rote, doch ein Schwert. Das Leben hier. Ja, na gut, verdorben. Och, Leute, ey. Diese letzte Runde. Ich hasse es. So, jetzt stopp. Danke. So, ich hab ein paar Diamanten. Was macht ihr denn? Junge, man kann es nicht gewinnen, wenn dieses Team ist. Ich bin raus. So, Leute, ich bin ja weg. Ich hab die Schnurze voll. Leute, das Team ist dumm. So, Leute, bis dann zum nächsten Mal. Vergiss nicht so, Leute, und abonnieren und was. Ihr müsst es machen. Kommt. Bis dann.